Hallo und willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cup. Dieses Mal geht es in das Grab der Königsfamilie. Hier waren zwei Gegner, die haben wir vorhin besiegt, sind aber offenbar nicht wieder gespawnt und wir haben einen Schlüssel. Das Ganze wird aber als Dungeon gewertet, aber offenbar gibt es hier keine Dungeon Card. Beziehungsweise Kompass, also Boss, denke ich weniger, dass es das hier geben wird. Aber wir müssen zum König, anders kommen wir nicht weiter. Oder Glitch, aber nö, danke. Oh, das müssen wir machen. Super. Ist davon... Das ist definitiv keine Tür. Die Tür ist fake. Und die ebenso. Oh, dieses so eine klassische Türfalle. Okay. Oh, Blöcke. Fallen. Plattformen. Hier geht es weiter rein. Ist aber auch alt. Okay. Da ist es ja schon. Kleiner Schlüssel. Hier auch. Nur mit dieser Plattform. Ziemlich mysteriös. Eigentlich sollte man das schon ein Dungeon nennen. Oh. 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 Da ist er ja. Kleiner Schlüssel bekommen. Er öffnet verschlossene Türen. Aufmachen. Und weiter. Man sieht, dass es schon ein Grab ist. Der typisch auffälligen Dungeon-Merkmal. Okay. Die Boss-Tür. Aber hat keinen Schlüssel. Und... Hm. Ist aber zugefallen. Ich muss Licht anmachen. Oh. Was ist los, Gegner? Erstmal brennen. Klar, Fackelfallen. Okay. Sie ist aufgegangen. Hier muss der König sein. Kröger aus. Mit dem Symbol des Forstes. Ich glaube, wir sind drin in dem Raum. Hier muss es sein. Kind. Kind, dass du versuchst, meine Erbin Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zelda-Schicksal, ja. Das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glücksfragment bekommen. Es soll Glück bringen. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Und die Quelle von Hyrule, also wo mag sie sein? Hier wurden raus teleportiert. Hm. Mag er wahrscheinlich so als kleines Labyrinth quasi hinterlegt haben. Um zu testen, wahrscheinlich, wie Links Stärke ist. Aber leider kein Boss, kein Herzteil. Oh, Boris, du hast irgendwas. Perfekt. Grab. Es ist auch hier. Oh. Ja, man, Eingang. Passt perfekt. Geh mal da mal noch hin. Ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Die Sela-Wasserfälle. Wo sind wir hier? Fragmenteverein. Da ist das Fragment. Was wir brauchen. Hat High-Hool. Ein Eingang hat sich geöffnet. Ja, passt perfekt. Ich bin froh. 100 mysteriöse Muscheln. Noch ein Fragment. Noch mal dasselbe. Ein Pfad hat sich geöffnet im westlichen Wäldchen. Du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier. Komme ich ab und zu besuchen? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm auf jeden Fall mal vor. Nee. Ist jetzt gerade nichts mehr. Einmal die Ocarina spielen. Los aus diesem urseligen Ort. Weil ich weiß, welchen Ort er meint. Hier. Das meint er. Da, wo das Volk des Windes hingezogen ist. Habe ich ja gar nicht. Stimmt. Mysteriöse Muscheln. Eine kleine Gorte. Hier ist auch ein Eingang, der jetzt verfügbar ist. Dann machen wir das mal. Ey, kleine Vögelchen. Nanu? Das Glöpsogman ist weg. Gagga. Ich kann es Anju nicht zurückgeben. Aber ich bin froh, dass es weg ist. Ah, kleine Vögelchen. Ah, ich habe ja meinen Schuss. Nö. Kein Hühn auf dem Dach. Oh weh, die Hühner sind weg. Oh, hier ist schon wieder Schaden. Hinten außen sind jetzt aber auch ein paar. Ein Glücksfragment. Da kommt man noch nicht vorne rein. Naja, großartig jetzt was machen. Naja, ein bisschen blöd. Brauchen wir irgendwas? Ach, geht. Nee, warte, wir verbrauchen jetzt einmal... Nee, nee, nee. Rubinentasche ist noch nicht voll genug. Halt! Bevor wir jetzt zu den Seelewasserfällen gehen, da fällt mir noch was ein. Hier. Jetzt müssen wir von oben reinkommen. Genau, von der Schule. Bombeninventar voll. Perfekt. Größere Bomben-Tasche wäre mal nicht schlecht. Ah, jetzt sind die hier. Teilweise im Unterricht. Fragmente-Verein. Davon war ich gerade das letzte da. Vereint. Hochebene vom Bell. Kiste. Da passiert nun was Gutes. Reiner. Fernzünder. Hoppala. Sprengen wir uns mal schnell da rein. Okay. Okay. So viele Gorten. Ach! Ich hab da was übersehen. Ich muss zum Brunnen. Jetzt hab ich gerade so viele Bomben verbraucht für nichts. Oder einer. Okay. Probinen. Ja, klar. Felina Maus. Was willst du noch? Jetzt geht's an die Kiste. Ziehen. Klar. Größer Rotorubin. Oh ja. Mal das Elixir benutzen. Okay. Eine Flasche London Milch kaufen. Vielen Dank. Kauf bei mir London Milch. Eine volle London Milch. Ja. Jetzt ist die Energieeinglück wieder voll. Beim nächsten Mal geht's hier auch weiter. Sollte euch das Video gefallen haben, wie immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin alles Gute. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.